Hallo miteinander, ich bin Roni, bin im ersten Lehrjahr als Viehwerkoptiker bei der Firma SwissOptik AG. Heute werden Sie und meine Mitstiftin Christel Ihren Einblick in unseren Berufsalltag zeigen. Kommt mal mit! SwissOptik hat ihren Sitz in Herbruck und steht für höchste Präzision in der Welt der Optik. Mit unserer jahrelangen Erfahrung entwickeln wir, fertigen und integrieren wir Optik, Mechanik und Elektronik. Viehwerkoptiker fertigen hochbezise optische Bauteile aus Glas. Die optische Bauteile aus Glas, wie zum Beispiel Linse, Spiegel und Prisma, werden in der Augenoptik, Medizintechnik, Vermessungstechnik und noch vieles mehr eingesetzt. Wenn du Filmwerkoptiker willst lernen, wäre es ein Vorteil, wenn du ein gutes technisches Verständnis, handwerkliches Geschick und Fingerspitzengefühl mitbringen würdest und zudem noch ein gutes, räumliches Vorstellungsvermögen. Jetzt habt ihr einen kleinen Einblick bei unseren Berufsalltag bekommen. Bewerbt euch wohl und kommt schnuppern. Ciao miteinander!